Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Sich verstecken nur, um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Wir anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Wenige schaffen es. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Ihr seid nicht freier als zuvor. Ihr habt nur einen neuen Meister. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Oh, okay. Wow. Na gut, schauen wir uns mal um. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Markus. Oh nein. Ich dachte, Androiden brauchen keine Wärme. Da hinten war noch einer. Oh, sorry. Wollte ich nicht über den Haufen laufen. Oh nein, das ist ja ein Kind. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihm nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Wow. Das ist echt heftig. Ist echt heftig. Ich bin in einem üblen Zustand. Ich bin in einem üblen Zustand. Mein Diagnose-Programm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie wandten mich an meinem Auto fest. Oh, wow. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich... Ich will mich nicht abschalten. Oh... Ich weiß zwar nicht, was das bringt, die Fässer hier einzutünden. Aber gut. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wie lange bist du schon hier? Vier Wochen, drei Tage, elf Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht, wohin. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay. Okay, hier ist noch eine Tonne. Ach, da ging's rein. Ich wollte gerade sagen, ich hatte davor was gesehen, wo ich reinlaufen konnte. Bist du Lucy? Setz dich. Ich sehe da auch nicht gut aus, ne? Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Ich stoppe die Blutung. Ich öb, die tut mir nichts. Ich schreibe das. Gib mir deine Hand. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Okay. Erkundet Sherrycone. Das habe ich ja schon gemacht, oder? Oder habe ich was übersehen? Englisch nicht, oder? Ach, doch hier. Ah, okay. 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 Unterbreite Simon deinen Plan. Okay, mache ich. Okay. Okay. Nice. Uh-hmm. Na gut.